Ja, herzlich willkommen zu Kapitel 1, Vision eines anderen Wirtschaftens, solidarische Ökonomien. Hier geht es darum, zu schauen, welche Vision sich im Wirtschaftsbereich mit dem Begriff Solidarität verbindet. Und im zweiten Teil wird es darum gehen, Grundlagen und Konzepte des solidarischen Wirtschaftens anzuschauen und kennenzulernen. Die Lernziele für heute sind zum einen den Begriff der Solidarität in seinen historischen und gesellschaftlichen Bezügen kennenzulernen, näher zu beleuchten. Zum anderen den Begriff solidarisches Wirtschaften überhaupt irgendwie einordnen zu können, also zu verstehen, was hat Solidarität überhaupt mit Wirtschaft zu tun. Und zum dritten wiederum die Beziehung dieses solidarischen Wirtschaftens mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung zu verbinden. Ja, was ist Solidarität überhaupt? Die Gewerkschaft Verdi hat kürzlich eine Umfrage gemacht bei ihren Mitgliedern und sie gefragt, wo sie denn Solidarität schon mal selber erlebt haben oder was sie darunter verstehen. Und es gab zum Teil sehr, sehr erstaunliche Ergebnisse. Zum einen haben viele gesagt, dass sie Solidarität selbst wenig erlebt haben. Und zum anderen haben sie aber gesagt, wir brauchen unbedingt mehr Solidarität, weil unsere Gesellschaft ist im Moment auf einer Entwicklungsschiene, in der Solidarität Mangelware wird. Aktuelle Beispiele dafür wären etwa die Integration von Geflüchteten, also Solidarität auch mit Menschen aus Krisengebieten, dann die Solidarität der Generationen untereinander. Jung gegen Alt haben wir ja häufig die Debatte, statt Jung mit Alt. Dann Reich und Arm. Oder auch schauen Sie den, im Moment den Zustand der EU an mit dem Brexit. Da geht es letztendlich auch um den Wert der Solidarität und um die Frage, was ist dem Einzelnen eigentlich die Gemeinschaft wert? Beim Brexit sehen wir ja genau das, also dass das Individuum sozusagen, also die einzelne Nationen höher eingeschätzt wird als die Gemeinschaft. Und das ist im Moment ein Trend, der sich generell in unserer Gesellschaft beobachten lässt. Ich nenne noch das Beispiel der Seenotrettung etwa, wo sich jetzt die Europäische Union auch schwer mit tut. Gut, gleichzeitig müsste man aber sagen, dass die Solidarität ein Grundwert der Europäischen Union ist, auf der sie selbst eigentlich aufbaut. Aber wir sehen, dass überall Grenzen und Zäune errichtet werden und die Entwicklung eher dorthin geht, als dahin Gemeinsamkeiten und Verbindendes zu suchen. Und das sind dann die Stellen in der aktuellen Diskussion, wo der Begriff der Solidarität wieder ins Spiel kommt. Häufig in Form einer Forderung, wir brauchen mehr Solidarität und auch nicht so oft in der vollen Kenntnis vielleicht dessen, was Solidarität bedeutet. Daher schauen wir nochmal auf den Wortursprung. Also Solidarität kommt ursprünglich aus dem, ist ursprünglich abgeleitet aus dem lateinischen solidus. Das heißt solide, wie wir es ja auch im Deutschen haben, solide, gediegen, echt, wahrhaft, fest, vollständig. Ja, also so etwas, auf was man sich auch verlassen kann. Daraus kommt dann später ordentlich, zuverlässig, sicher aus dem Französischen. Das ist eigentlich die ursprüngliche Wortbedeutung, also eine Sicherheit, eine soziale Sicherheit. Und dann haben wir eine Vielzahl auch von Synonymen, in denen jeweils auch der Beziehungsaspekt zum Tragen kommt. Also da geht es um Geschwisterlichkeit, Brüderschaft, um Gemeinsamkeit, um Zusammengehörigkeitsgefühl, um Einhelligkeit, um Loyalität, um Konsens, aber auch Verwandtschaft. Das heißt, es geht immer um ein Wir-Gefühl, ja, um eine Beziehung untereinander, aus der sozusagen dann das gemeinsame Handeln auch sich ergibt. Und umgangssprachlich wird es ja so verwendet, dass man sagt, man hält zusammen oder man tritt für die gleichen Interessen ein. Beispielsweise Dürkheim, der Soziologe, hat Solidarität bezeichnet als Zement, der die Gesellschaft zusammenhält. Also es geht immer um, allerdings geht es immer um einen freiwilligen Akt. Solidarität ist immer freiwillig und hat häufig auch symbolische Handlungen zum Gegenstand, also Hilfeleistung symbolischer Art, immaterieller Art oder auch materieller Art. Und es verbindet sich, das haben auch soziologische Forschungen ergeben, es verbindet sich immer eine Erwartung der potenziellen Gegenseitigkeit mit Solidarität. Das heißt, diejenigen, die solidarisch sind, sich solidarisch zeigen, gehen unterschwellig davon aus, dass ihnen im umgekehrten Fall auch geholfen würde. Das heißt, Solidarität ist auch nicht frei von Eigeninteresse. Also Solidarität ist kein Altruismus oder keine vollkommene Selbstlosigkeit oder auch keine Philanthropie oder reine karitative Hilfe, sondern sie hat den Aspekt der Langfristigkeit in der Beziehung mit drin, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt das tue, dann ist es letztendlich für mich selber auch am Ende viel besser, weil ich dann auch auf den anderen zählen kann und möglicherweise auch Selbsthilfe in Anspruch nehmen kann. Und als solches Prinzip ist es auch natürlich die Grundlage des Sozialstaates, also so wie wir ihn zumindest in Europa kennen, wie er ja auch in Deutschland entstanden ist, aus den Kämpfen heraus, die sich mit der sozialen Frage am Beginn der Industrialisierung ergeben haben. Also die bismarckische Sozialgesetzgebung mit der Einführung der gesetzlichen Sozialversicherungen hatte genau dieses Solidaritätsprinzip letztendlich auch im Hintergrund, dass nämlich der Einzelne einen Beitrag in die Gemeinschaft bringt natürlich, aber auch die Gemeinschaft wiederum für den Einzelnen zuständig ist, wenn der Einzelne dazu nicht in der Lage ist. Wobei man sagen muss, der Solidaritätsaspekt, das Solidaritätsprinzip ist nur ein Prinzip, was dann dem Sozialstaat zugrunde liegt, aber es ist auch ein wichtiges Prinzip. Jetzt könnte man noch Fragen als Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Kind bietet im Bus einer alten Frau einen Sitzplatz an. Ist das Solidarität? Was würden Sie sagen? Die Forscher sagen, nein, es ist keine Solidarität, sondern das ist pure Höflichkeit. Und da geht es darum, dass das Kind, was dieses Angebot leistet, einfach wahrscheinlich eine gute Kinderstube hat. Okay, was ist mit den Spenden zur Weihnachtszeit beispielsweise oder auch jenseits der Weihnachtszeit? Also sind Spenden ein Akt der Solidarität? Ja, kann man sagen, an dieser Stelle Spenden schon, wobei Spenden wiederum eine spezifische Form der Solidarität darstellen, wo es auch darum geht, dass derjenige, der spendet, dies aus einer höheren Position heraus tut, also aus einer besser gestellten Position heraus tut. und es kommt auch dazu, dass derjenige, der spendet, den anderen, dem seine Spende zu Hilfe kommt, nicht persönlich kennt und deswegen auch nicht mit einer Gegenleistung rechnet. Ja? Also das ist auch eine etwas moderne Variante von Solidarität, keine Reihenform der Solidarität, weil eben, wie gesagt, die persönliche Bindung und Beziehung dort nicht vorausgesetzt werden kann. Die Gefährdung des Solidaritätsprinzips liegt eigentlich auch schon in dem drin, was ich bereits gesagt habe, nämlich in der Entwicklung der modernen Gesellschaft mit ihrer Fokussierung auf die Individualisierung. Das heißt, die modernen Gesellschaften sind letztendlich auf Individualisierung ausgerichtet und die Solidarität tritt damit immer mehr in den Hintergrund. Sie sehen das beispielsweise auch an Diskussionen über die Zukunft des Sozialstaates, wo sehr häufig auch Forderungen laut werden, dass beispielsweise die Berufsgruppen abgeschafft werden sollten und es dort eine Solidarität aller Berufsgruppen gegenüber der Sozialversicherung geben sollte. Und Sie sehen auch, wie viel Widerstand das jeweils hervorruft. Also wir haben ja in Deutschland die Berufsgruppen Selbstständige Beamte und so weiter. Und die sind natürlich auch daran interessiert, ihre Privilegien in dem Fall auch zu erhalten. Also das Solidaritätsprinzip hat es im Sozialstaat nicht ganz leicht und auch sonst im Alltag. Wie gesagt, durch die zunehmende Individualisierung werden die Berührungspunkte der Menschen und der Ort, wo Solidarität wirklich geleistet werden kann, auch immer eingeschränkter. Ja, interessant ist noch, dass der Begriff der Solidarität ursprünglich aus dem römischen Schuldrecht kommt. Dort war das so geregelt, dass wenn ein Familienmitglied Schuldner hatte, die gesamte Familie für diese Schulden aufkommen musste. Ja, umgekehrt aber auch jeder Einzelne für die Schulden der Gesamtheit. Ja, also dort gibt es noch diese komplette Verwobenheit auch der Verantwortlichkeiten. Wir werden das hinterher auch im solidarischen Wirtschaften sehen, im gemeinsamen Wirtschaften. Da kommen wir wieder letztendlich zu einem solchen Prinzip zurück. Also der Begriff der Solidarität war zu Anfang eben kein moralischer Begriff, kein Wert, sondern ein rechtlicher Begriff und wurde dann erst am Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung auf den Bereich von Politik, Gesellschaft und Moral übertragen. Ja, hier haben Sie eine Zeichnung, vielleicht kennt es der ein oder andere sogar. Das ist die Gemeinschaftsanlage New Harmony, die Kolonie New Harmony, entworfen, entwickelt von dem Frühsozialisten Robert Owen. Robert Owen war ein interessanter Mensch, hat um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert gelebt. Er war selber Unternehmer und Eigentümer einer Fabrik und war in vielerlei Hinsicht einfach seiner Zeit voraus, weil er hat beispielsweise, war er persönlich einfach der Meinung, dass ein 14-Stunden-Tag oder ein 16-Stunden-Tag zu viel ist und zu belastend ist für einen Arbeitnehmer und hat von sich aus also letztendlich das eingeführt, was später erst durch soziale Kämpfe dann institutionalisiert wurde, wurde nämlich die Begrenzung des Arbeitstages, den Arbeitsschutz, die Versicherung, Gesundheitsversorgung für Arbeitnehmer. Also er hatte irgendwie seiner Zeit voraus auch gesehen, dass das wichtigste Kapital eines Unternehmens die Menschen sind und nicht die Materie und auch nicht das Geld sozusagen. Und er hat eben auch in die Erziehung, Bildung, in die kulturelle Entwicklung sozusagen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert und hat dann später, also er hatte sich auch stark eingesetzt in den politischen Strömungen, die es damals gab, also zu Beginn sozusagen des Sozialismus für eine Verstärkung der Arbeitnehmerrechte. Das war aber sozusagen noch zu utopisch, deswegen heißen auch die utopischen Sozialisten so, weil sie letztendlich mit ihren Ideen damals nicht die Resonanz gefunden haben in der Mehrheit, die sie gerne finden wollten. Also sie wollten letztendlich auch schon eine neue Wirtschaftsordnung schaffen und der Robert Owen hat eben dann, er ist später dann nach Amerika ausgewandert, dann hat er dort so eine ideale Siedlung entwickelt, also die Vision einer idealen Siedlung, wo sozusagen Menschen in großen Gruppen gemeinschaftlich leben und arbeiten sollten. Da sind schon sehr viele Dinge drin, die wir auch später in der Genossenschaftsbewegung dann finden, also gemeinschaftliches Wohnen beispielsweise, das sehen Sie ja auch in der großen Anlage. Dann haben Sie dort auch die Gebäude der Kultur, Schulen, Weiterbildung, dann haben Sie auch durchaus, Sie sehen auf dem Bild auch Menschen, die spazieren gehen, ja. Also zur damaligen Zeit auch im Grunde genommen ein Privileg der besitzenden Klasse, ja. Aber Robert Owen war der Meinung, das sollte etwas sein, was eben jedem zusteht und zustehen kann. Und er wollte eben, dass sich eine solche Modell-Siedlung dann eben auch realisiert. Und das ist, wie gesagt, das erste nachgewiesene Dokument einer Gemeinschaftssiedlung, sozialistischen Gemeinschaftssiedlung, was wir haben. Das Experiment ist so nicht realisiert worden, ist auch gescheitert, weil, wie gesagt, der Robert Owen nicht die Resonanz gefunden hat und auch nicht die Unterstützung gefunden hat, also in gewisser Weise eben seiner Zeit ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte voraus gewesen ist. Aber es wird immer wieder, auch in den Forschungen und auch in der Soziologie, immer wieder Bezug genommen auf diese Mustersiedlungen oder Modell-Siedlungen. Und nicht zuletzt hat ja auch der überhaupt der erste Inhaber eines Soziologie-Lehrstuhls in Deutschland, nämlich der Oppenheimer, hat als großes Werk als erstes die Untersuchung der Siedlungsgenossenschaften geschrieben. Das heißt, es war damals im Grunde genommen das beherrschende Thema. Wie können wir eine andere Wirtschaftsordnung schaffen? Weil, Sie müssen ja sich vergegenwärtigen, der Beginn der Industrialisierung war mit einem massenweisen Elend verbunden. Ja, also die Arbeiterinnen und Arbeiter kamen ja vom Land sozusagen, wurden dort, waren dort aus ihren Bezügen sowohl sozial als auch materiell komplett rausgerissen, fanden sich dann als Fabrikarbeiter wieder, die von einem Lohn leben sollten, der aber nicht zum Leben reichte. Und was sich daran sozusagen band, war ja das Arbeiter-Elend. Und es war ja nicht irgendwie die große Lebensqualität oder die große Wohlfahrt, sondern es war erst mal das komplette Gegenteil. Und insofern hatten dann die Vorstellungen oder Überlegungen zu einer neuen Wirtschaftsordnung ganz, ganz großes Gewicht. Also die soziale Frage als Hintergrund, habe ich gerade schon angesprochen, Auseinandersetzungen sozusagen zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern. Wir haben dann das, was auch letztendlich der Ursprung der verschiedenen Theorien ist, die dann die Moderne begleitet haben. Letztendlich der Ursprung des Sozialismus, des Kommunismus, des wissenschaftlichen Marxismus liegt auch dort verankert. Und es gab letztendlich zwei Linien, in die sich diese Auseinandersetzungen weiterentwickelt haben. Nämlich zum einen die Sozialpolitik, wie ich gerade schon angesprochen habe, in Form der gesetzlichen Sozialversicherung und der ersten Realisierung eines Sozialstaates. Und dann gab es eben als zweites die Arbeiterkultur, genannt auch die dritte Säule der Arbeiterbewegung, in der sich praktische Lösungen wiederfanden, gegenüber der Realität sozusagen der Arbeiterverelendung. Daneben natürlich noch, das habe ich jetzt hier nicht drauf, müssen Sie aber im Hinterkopf behalten, daneben natürlich der wissenschaftliche Sozialismus, die Parteien, die Gewerkschaften als die erste und die zweite Säule der Arbeiterbewegung. Aber das ist nicht unser Fokus, sondern unser Fokus ist die sogenannte dritte Säule der Arbeiterbewegung. Und damit sind gemeint die Arbeitervereine und die Konsumgenossenschaften, die sich damals auch sofort, also schon ganz, ganz früh auch gebildet haben, als Zusammenschluss der Betroffenen, um ihre wirtschaftliche Lage sozusagen in Eigenregie zu verbessern. Ja, in der Sozialpolitik, hatten wir schon gesehen, findet das Solidaritätsprinzip direkten Eingang. Also das haben Sie auch bis heute letztendlich in der gesetzlichen Krankenversicherung beispielsweise, wo Sie einheitliche Tarife haben, wo Sie aber eine Familienversicherung beispielsweise haben, also im Gegensatz zu einer privaten, wo Sie pro Kopf bezahlen, bezahlt in der gesetzlichen eben die Familie als Ganze. Und das ist wiederum ein Ausdruck der Solidarität von Menschen ohne Kinder mit Menschen mit Kindern. Dann haben Sie dort natürlich auch das Subsidiaritätsprinzip, also das Prinzip, dass immer die kleinste Einheit für ein Problem erst mal zuständig ist und ein soziales Problem erst mal lösen muss, also sprich die Familie, die engere Familie, dann das engere Umfeld und dann erst sozusagen die größere Gemeinschaft. Also dort finden wir das in sozusagen in staatliches Handeln gegossen, das Prinzip der Solidarität. Und auf der anderen Seite eben, wie ich es weiter unten dann aufgezeigt habe, in der Strömung der dritten Säule der Arbeiterbewegung, nämlich der Strömung der Konsumgenossenschaften. So, jetzt kommen wir zu der Frage, was hat das denn jetzt alles mit Nachhaltigkeit eigentlich zu tun? Und Sie haben schon jetzt bemerkt im Laufe des Vortrags, dass auch die Solidarität letztendlich eine unterschiedliche Intensität hat in den Definitionen. Also, dass Solidarität letztendlich von jedem auch in ihrer Reichweite ein bisschen anders definiert wird. Und so ist es auch mit der Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit, das wissen Sie aus anderen Lehrveranstaltungen, zur Genüge, ich erinnere nur noch mal kurz dran, ist ja auch kein einheitlicher Begriff, ähnlich wie die Solidarität. Also, es gibt das Konzept der starken Nachhaltigkeit und das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit. Ich habe Ihnen jetzt hier einfach mal als Beispiel die Zauberscheiben von Diefenbacher mitgebracht, mitgebracht, die letztendlich den Zusammenhang der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, nämlich dem sozialen, ökologischen und ökonomischen, so beschreiben, dass sie sagen, die sind nicht irgendwie nebeneinander, ja, oder die sind auch nicht, wie es früher teilweise dargestellt wurde, mit so Schnittmengen, also drei Kreise mit Schnittmengen, sondern die sind so, dass sie alle miteinander in Beziehung stehen. Ja, also das ist das Besondere jetzt hier an dem Zauberscheibenmodell, dass jede Dimension der Nachhaltigkeit in Beziehung mit der anderen steht. Und dass man deswegen auch die Priorisierung auf allen drei Dimensionen gleichzeitig legen muss. Also lange Zeit war das in der Nachhaltigkeitsdebatte ja auch umstritten, ja. Also ob jetzt beispielsweise der ökologische Aspekt der wichtigere ist als der soziale, ja, oder umgekehrt, und hier wird eben davon ausgegangen, in dieser Darstellung, dass alle drei Dimensionen sehr, sehr eng miteinander in Beziehung stehen. Und das ist wiederum ähnlich dem Begriff der Solidarität, den ich ja auch definiert habe als ein Beziehungsbegriff. An dieser Stelle haben also der Diskurs der Solidarität und der Nachhaltigkeit gewisse Gemeinsamkeiten. Es gibt dort auch jeweils unterschiedlich weitgehende Verständnisse davon, welcher Schwerpunkt gelegt werden soll oder wie intensiv Solidarität verstanden werden soll, wie weitgehend Nachhaltigkeit verstanden werden soll. Und es ist auch in beiden Diskursen offen, ob mit diesem Konzept jeweils eine Systemveränderung angestrebt wird oder ob man sagt, es ist eine Ergänzung zum bestehenden System. Das ist also auch nicht eindeutig oder nicht hinreichend beantwortet. Bislang bleibt also offen, was wiederum auch gut ist, weil die offenen Konzepte haben natürlich auch noch das Potenzial, weiterentwickelt zu werden. Und schließlich noch der Hinweis, dass im internationalen Kontext die solidarische Ökonomie ergänzt wird mit dem Begriff soziale solidarische Ökonomie, also Social and Solidarity Economy, ist dort der stehende Begriff. Und damit wird letztendlich der Schwerpunkt mehr auf dem sozialen Bereich der Nachhaltigkeit gelegt. Ja, also das kann man auch wiederum kritisch sehen und sagen, ja Moment, das ist aber doch eigentlich ein ökonomisches Konzept und deswegen sollte der Schwerpunkt auf der Ökonomie liegen. Es wird aber so gesehen überwiegend, dass das Besondere zwar einerseits die Ökonomie ist, aber andererseits eben das soziale Handeln innerhalb des ökonomischen Sektors. Vielen Dank. Vielen Dank.